Hallo und herzlich Willkommen zur geblickten Lego-Unterhaltung. Hallo. Wir haben natürlich wieder was Schönes hier. Wir brauchst es nicht zeigen. Wie wollen das denn? Wie wollen das denn? Die da hinten? Noch ein Story-Back von fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja. Wir kriegen von Lego-Untermentions nicht genug. Wir haben nämlich so viel Story und haben es auch immer nicht gespielt. Richtig. Noch nicht mal angefangen, aber... Hast du es zuhause... Ne, kannst du ja nicht. Ich habe extra gewartet, obwohl es in den Fingern gejuckt hat. Ja, weil ich tatsächlich... Liegt alles da und der Junge kannst du benutzen. Oh Gott. So, schöne Bauanleitung. Natürlich nur für das Portal. Ja, 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 ja. Steht ja auch hier. Spiel das komplette... das Spiel den kompletten Film. So. Also ich denke mal, die Story handelt dann... Ja, ich habe gerade auch im Karton schon was gesehen. Sind da Beistellbilder oder was? Ja, es ist halt... Wann soll ich mal erkunden? Mal gucken. Hast du die Tüten separat oder so, dass du die nochmal nutzen kannst oder was machst du? Ja, ich habe diese... Gut. Ja, die nutzt sie auf jeden Fall noch. Ah, das kann man immer brauchen. Die sind ja für Wiederverwertung. Genau. Die sind ja auch sehr geldfixiert, ne? Dollarzeichen drauf. Dollarzeichen. Wobei das bestimmt nicht so gemeint ist. Nee, das ist bestimmt nicht so gemeint. Weißt du, für was ist das? Es ist für... Genau. Ja, das könnte auch eine Schlange sein. Kann sein, das stimmt. So, ein bisschen noch rein. So, erstmal hier den Charakter aufbauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich habe den Film gesehen, aber... Schauen wir doch mal drauf. Das ist aber sehr schlimm. Wann hast du den denn gesehen? Schon länger her. Ein bisschen länger her, oder? So eine Sturmfrisur hier. Ein Zauberstab. Komplette Story. Hätte ich von Harry Potter bestimmt auch genannt. Wobei es da ja schon Lego gibt. Da gibt es ja richtig. Ja, hab ich auch mal gehört. Aber vielleicht gibt es ja auch immer so ein Storypack für Harry Potter. Wer weiß. Ich glaube, das ist ein bisschen später. Wieso nicht nachdrücklich? Kann ich mir nicht vorstellen. Gibt bestimmt genug Fans. Ja, das schon. Aber nach so langer Zeit. Weil die Filme liefen jetzt auch schon vor ein paar Jahren. Ja, das sind wir in den Namen. Genau. So. Dann wollen wir mal das Portal bauen. Action! Action vor Flexion. Fertig. Und du? Nicht. Ich brauche ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Bei mir braucht das immer so ein bisschen. Stimmt gar nicht. Du bist sonst immer so schnell dabei. Manchmal bist du halt schnell. Und das, obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe. Ja. Also ich freue mich ja gerne. Oder willst du ihn sehen? Erzähl mal. Erzähl ruhig mal ein bisschen. Ich kann ja trotzdem gucken. Ich bin da ja nicht so. Weil nach dem, was ich bisher weiß, interessiert mich der Film schon. Aber eben nicht so sehr, wie die eigentliche Harry Potter-Reihe. Von daher erzähl noch ruhig mal ein bisschen. Und für die, die es noch nicht wissen wollen, die schalten dann auf Sturm und gucken uns natürlich weiter. Ja. Jetzt. Genau. So ist es. Also. Wir müssen uns noch was ausdenken, dass sie wieder einschalten. Es geht darum, dass dieser Professor heute nach London reist. Eigentlich will er nur einen Vogel freilassen. So einen Adler. Den er in seinen Koffer drin hat. In seinem magischen Koffer natürlich. Und ähm. Ne, New York ist was. Er ist ja egal welche Stadt. Und auf jeden Fall. Währenddessen er in so einer Bank ist. Ähm. Flieht so sein Begleiter hier. Dieser Niff da. Ähm. Der flieht da aus seiner Tasche. Und macht da Chaos. Und er will ihn natürlich einfangen. Und. Dann trifft da so eine Ministerin. Die halt dafür zuständig ist, dass sowas nicht vorkommt. Dass diese Tiere. Diese ähm. Menschen sehen können. Also. Ach so. So eine Behörde, ne. Sag ich mal. Natürlich. Die darauf achtet, dass die Tiere nicht die Menschen sehen. So. Auf jeden Fall trifft da sie. Und. Dann. Ähm. Ist da in dieser Stadt auch noch so ein Unwesen. So ein Wesen unterwegs. Was da. Probleme bereitet. Und dann. Als Strafe sozusagen. Muss er dann helfen. Dieses Tier. Einzufangen. Als Strafe? Ja. Als Strafe. Okay. Weil dieser Niff da halt. Den hat er nicht unter so einer Kontrolle gehabt. Ja. Und. Äh. Und. Dann ist es auch noch so. Dass diese Koffer, den er da mit sich hat. Mit so ein. Ja. Wie hießen die noch mal nicht? Magier. Muggel? Muggel. Genau. Mit so einem Muggel vertauscht wurde. Also er hatte dann Torten drin. Statt seine Tiere. War auch sehr witzig. Und. Ähm. Ähm. Das ist totales Chaos da. Ja. Merkt er schon. Aber total witzig gemacht. Und dieser. Der diesen Koffer hat. Der bringt. Den Professor dann. Diesen Koffer dann auch. Und. Ähm. Dann. Hilft er denen auch. Mit den beiden. Dieses Tier zu fangen. Also das ist schon ein toller Film. Wirklich. Schaffen sie es denn? Oder. Heißt es dann. Fortsetzung vorrekt? Ne ne. Die schaffen das schon. Ja. Alles gut. Aber es ist. Ein sehr langer Film. Also ein langer Film. Aber ein toller Film. Wir wurden nie langweilig. Es lohnt sich zu gucken. Ehrlich gesagt. Ich hab ihn jetzt noch nicht gesehen gehabt. Irgendwie ist er auch total untergegangen. Muss ich dazu sagen. Ja schon. Ja. Bisschen untergekommen. Schon schon. Ich weiß ja nicht. Ob das Harry Potter Thema nicht doch langsam durch ist. Aber es scheint ja immer noch Leute zu geben. Ja. Die Welt von Harry Potter ist halt sehr vielseitig. Das stimmt. Man könnte ja zu allem und jedem noch eine Side Story erzählen. Ja. Biedel den Baden und so. Das gibt es ja auch heute noch. Vielleicht kommt das mal auf. Wer weiß das schon. Ja. Meine Tante liest ja im Moment den achten Teil. Achten? Ja. Achso. Mit dem Teil. Genau. Das ist ja auch wieder ziemlich verworren alles. Interessant finde ich da die Theorie, wenn es jetzt alle hören, ist es halt so, dass angeblich vielleicht sogar Voldemorts Kind auch vor kurz ist. Mhm. Das soll dann der Sohn von Malfoy sein. Ja ja. Wer sonst? Weiß ich nicht. Hermine oder so. Wäre auch mal interessant gewesen. Da könnte man das ganze Zeit was böser und dann auf einmal. Oh scheiße. Ein missratendes Kind. Oder besser gesagt, man hätte das, wann ist denn das passiert? Ja die Frage ist halt, sie hat es halt noch nicht zusammen gelesen, warum verflucht? Mhm. Weil Harry und sein Sohn, er hat zwei Söhne. Ja wirklich, er hat zwei. Mit einem Sohn kommt er eben nicht so gut klar. Nur das Ding ist halt, der Sohn ist genauso wie Harry früher. Selber schuld, mit meiner Erziehung. Richtig. Darf man sich jetzt nicht drüber aufregen, wenn das Kind scheiße war in der Schule, so wie er es immer so gemacht hat. Ja richtig. Und naja. Und dann gibt es auch wieder Zeitreisen und solche Geschichten. Ja da haben wir ja dieses Medaillon. Genau das ist eben das, was Hermine damals hatte. Die habe ich mir übrigens auch mal wieder alle angeguckt, von eins bis sieben. Ja, hatte ich auch, ist aber schon ein bisschen länger hier wieder her. So zwei, drei Monate. Nee, bei mir nicht. Bei mir nicht. Ich hatte mal wieder Bock zu. So an den Wochenenden hatte ich dann jedes Mal so ein Teil, das ging ja über sieben, acht Wochen. Wobei ich glaube ich den Feierkirch zur Hälfte überspringen habe. Irgendwas habe ich da gehabt. Okay. Ja, muss ich zwischendurch ausmachen oder so und habe es dann eben nicht fortgesetzt. Irgendwas ist da gewesen. Aber ja, alter Schnitt. Komm ja schon mal vor. Kann schon mal vor kommen, ja. Jetzt mal vor. Ja, das sind halt so Filme, mit denen man sich echt einmal im Jahr angucken kann. Sag ich jetzt mal so. Ja, genau so wie meine Lieblings-Triologie Herder Ringe. Die kann ich mir echt jeden Monat angucken. Und dann auch die Extended Version, wo immer gleich mit dem Tag drauf geht. Was denkst du denn? Richtig. Ich weiß nicht, da kriege ich auch nicht von genug. Das ist dann so. Schön sieht das so aus. Wo kommt das hin? Ja, so dass die Kante hier auf Ende sitzt. Ja. Das sieht toll aus. Ah, mal wieder zum Basteln. Bastel, 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 bastel. Ach, ich frag mich, wo er es vor darstellen soll. Also im Film kam mir das nicht bekannt vor. Oh, vielleicht sein Büro oder so? Ja, er hat aber kein Büro. Hm, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht hat Lebe auch was sich irgendwie gedacht nach dem Motto, komm, wenn dir mal irgendwie was dazu passt. Du hast 1 zu 4 genommen, oder? 2. Achso, ich hab 3. Ja, ich wundere mich schon. Wo ist mal 1? Ich will aufstehen. Ne, du musst hier noch so eine Spitze drauf und dann die Blume. Achso, ich mach alles falsch. Ich bin ja da zum Auffassen. Blume, Blume, Blume. Da ist es doch. Der Blümke. Deswegen ist es auch toll, so was... Kommt der direkt oder einer daneben? Ja, das ist... Ich glaub einer daneben. Wir haben 1, 2, 4 frei in der Mitte. Sieht gut aus. Deswegen ist es auch gut, sowas zusammenzubauen. Ach, großartig. Großartig. Ich find's toll. Da muss ich mal an den Typen von den Zinses denken, der so auf Marsch abgefahren ist. Ja, genau. Werd ich. Wo sie mal einen Frauentausch gemacht haben. Dieser kleine Knilchen. Ich bin zwar witzig. Wie er satt ist das irgendwie auch. Schlag mich halbtot. Verstehst du? Halb. Immer schön merken. Oder ist das Ministerium? Das kann man nicht sagen, ja. Weil es sieht alles so offiziell aus. Es sieht so offiziell aus. Es sieht so offiziell aus. Werd ich. Ich bin jetzt so witzig. Noch ein Wort und ich verlieb mich in sie. Oh, du hast aber schöne Vorhänge in der Küche. Scheiße. Zu spät. Ja, der ist witzig. Das stimmt. Ist doch eine gute Vorhänge. Ja, stimmt. Aber wie laufen die sich auch heiß auf Posi immer? Ja, die laufen da rauf und runter. Ich weiß schon gar nicht mehr, bei welcher Staffel wir sind. Das weiß ich auch nicht. Irgendwo bei 30 müssten wir mal sein. 29, 30. So. Das sieht schön aus. Mal gucken, was das ist. Gibt es das Lego Dimensions auch bei Lego Ideas, dass man da Vorschläge machen kann? Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Das wäre auch mal was. Das wäre auch was. Das wäre was. Was würde ich denn dann vorschlagen? Ja. Oh Pala. Ah ja. Hm. Ja sei. Nix genaues weiß man nicht. Irgendwie kommt das hier hin, ne? Ja. Zwei Stück. Ja, ich hab zwei. Ach so, du hast schon zwei. Okay. Ich will noch einmal gucken. Ja, das passt. Das passt da rein. Ja, genau. Okay. Sehr gut. Danke. Ab und zu brauchst mal low. Ja. Ich werd ja sonst noch geschlagen hier. Und eingeschwört. Weißt du ja. Ich werd immer noch rausgelassen, wenn er was zu bauen hat. Das war ein langes Monat, ja. Ja, eben. Aber ich hab dich auch zum Video rausgelassen von bei Anisha. Das ist ja nicht. Das stimmt. Ja. Das ist auch schon eine Weile her. Ja. Ich weiß gar nicht, was das Ding geworden ist. Wir wollten nur das Video haben und dann haben sie sich verkrümmelt. Hm. Wieso? Das ist doch jetzt online. Alles gut. Wie ist es online? Hast du es jetzt doch veröffentlicht? Das ist mein Song. Habe ich auch geschrieben. Ja, so. Das ist okay. Aber ich dachte jetzt den Rest. Den Rest haben wir für sich. Ja, ja. Irgendwie auch nicht. Ist doch okay. Ja, aber erst sagen ist scheiße. Gib mal her. So. Und dann nix von sich hören lassen. Das könnt ihr ruhig mal hören. Könnt ihr wenigstens mal sagen Dankeschön. Haben sie ja. Danke haben sie gesagt. Ja, aber nicht zu mir. Ja. Ja. Alles ganz merkwürdig. Hier, häng das mal auf. Ich darf das bestimmt noch spiegelverkehrt. Ja, ja, ja. Ach so. Ach der Flügel. Flügel. Flügel, Flügel, Flügel. Das kommt hin. Bestimmt noch mal spiegelverkehrt oder so. Ach das sind die Chirnen. Kommt das so? Hm. Keine Ahnung. Lass die Flügel nach oben gehen. Ja. So. Mach ruhig schon mal weiter. Ich mach in der Zeit Karbrot. Karbrot. Genau. Ist okay. Ach so. Ich bin da jetzt übrigens mit Booking Assistent für Wiennesia. Ja, hast du dir mal was erzählt, dass die da mit dir in Kontakt treten wollen? Haben sie ja. Und was heißt das genau? Das heißt, ich kümmere mich genauso um Konzerte wie die. Dafür lasst du eh ins Konzert gratis. Zum Beispiel. Und wenn es halt ein bisschen mehr ist vom Betrag her, dann krieg ich sogar noch anteilig was davon ab. Schon schön. Ja. Das heißt, es liegt jetzt an dir die Band groß raus. Wahrscheinlich. Sie ist so gut. Demnächst auch Wacken. Na, aber fassen die nicht hin. Ganz ehrlich. Dafür ist es nicht rockig, genau. Es ist zwar laut. Aber dafür ist es nicht so... Die Musikrichtung passt nicht hin. Fast nicht so ganz. Wobei, wenn Heino schon da ist... Der war nur einmal da. Der macht doch nix. Wenn Woyan Nijon erst einmal da ist, dann reicht dir so ein bisschen Push halt. Ja, die passen eher so Rock am Ring. Ja, die gibt es ja noch nicht mehr. Hm? Rock am Ring gibt es doch nicht mehr. Doch, klar. Findest du doch? Flugplatz wendig. Ja, das ist jetzt Rock am Flugplatz, oder? Rock am Ring ist das aber auch jetzt ja. Das ist nicht mehr so. Rock am Flugplatz. Ja. So. Ey, ob da sind die denn? Achso, die sind da. Okay. Kommen Sie rein. Ist da drin? Ja, noch mal gucken. Ja, wir haben es richtig gemacht. Das ist doch mal eine gute Sache. Ja. Natürlich haben wir das richtig gemacht. Was ist denn eine Frage? Wir können auch mal was richtig machen. Ah, da. Schön sieht das aus. Mhm. Stylisch. Aber hast du recht. Sieht aus wie so eine... Wie die Ministeriumstür. Dabei habe ich sie gar nicht gesehen. Haha. Oh, da macht das Auto aus draußen. Das ist so schlimm, wenn das brummt. Merkst du das auch? Mhm. Entschuldigung für den Sound. Das kommt bestimmt jetzt auch gut im Video. Mhm. Ja. Ist das egal, wie rum? Und dann kommt das irgendwie hier so. Da rum, ja. So rum? Ist das richtig? Ja. Ja, genau. Dann so. Ah ja. Bin immer so viel da. Ja. Ja. Ja, ja. Hä? Jetzt kommt dieses Stand. Genau. Ja. Deswegen dreh es ja. Mach das doch mal rum. Mach das doch einmal ordentlich. Mach ich doch. So, zweimal müssen wir bauen. Also. Kann jeder eins bauen. Ah was? Sag ich. Sprachsum kam hier rein. Genau. Große Frass aber nix sein. Sind das so Ecken? Ja. So Ecken. Ah! Jetzt gibt es noch eine Weltmeisterschaft für... Wenn es die nicht schon gibt. Fertig. Ehrlich? Verdammt. Verloren. Soviel zum Thema Klappe. Ja. So ist das. Immer kurz Schnauze. Immer mitten auf die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Ja. Wenn, dann richtig. Fertig. Fenster. Es hängt aber auch viel damit zusammen, ob man Glück hat und die Steine leicht findet. Ja, natürlich. Fertig. Nein, ich bin einfach besser. Das geht auch. Kommt das drauf hier irgendwie so rein? Oder? Ach so, das wird hier drauf geschoben, hm? Kommt bestimmt noch eine Stange jetzt. Hast du es? Hast du es? Nein. Ah. Ich genieße das, ja? Nein. Nein. Wir bauen ein Haus aus Steinen. Oh, bau eine Stadt, bitte ich, ja. Deinen und meinen Träumen. Achso, das kommt noch gar nicht. Das kommt hier auch eine Stange. Aber ich habe was vergessen. Dann kommt die zweite Stange hier durch. Doch. Ich soll gleich reinlassen. Piep, piep, piep. Ja, genau. Das ist ein Aufzug. Aber dafür hast du hier. Nee, dafür ist der Hebel an der Seite. Ah. Ja, genau. Cool. Cool, cool, cool. Jetzt ergibt das alles seinen Sinn. Ich finde, der ist, glaube ich, schon im Ende. Ja, sieht so aus, ne? So, jetzt kannst du das hochfahren, aber es... Ah, jetzt hakt das auch ein. Ich verstehe. Ja. Wofür ist das? Bestimmt hat das auch mit dem Spiel zu tun. Oh, der Herr, das ist hart. Wir drehen das mal um, damit das... Ja, auf jeden Fall. Müsst ihr ja sehen. Das ist sehr spannend. So Fahrstuhl mäßig. Wozu wissen wir noch nicht. Aber in die Plattform hat er hochfahren. Gab's in dem Film Fahrstühle? Ministerium für irgendwas. Bing. Ja, war doch so, oder nicht? Ja, ja, bitte. Ja, das war das Portal. Zusatzfolge kommt wieder das... Ja, das Auto ist wieder Bonus. Nee, ist kein Auto, sondern der Nestler. Ich will immer greifst, aber es ist ja kein Grafen. Er ist so ein Tier, was halt Münzen gerne sucht. Also so Klettergegenstände sammelt. Wir können ja mal angenommen, das kommt am Montag, können wir das ja irgendwie am Donnerstag veröffentlichen. Ja, irgendwie so. Bis dahin sucht er sich noch aus. Kleine Kinos spielen gern. So groß und noch viel lieber. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.